damit herzlich willkommen zu einem neuen let's play und auf unserem kanal und zwar The Walking Dead Saison 1 und wir starten auch schon direkt mit ich habe schon alles eingestellt und ja so jetzt stimmt ich habe schon mal getestet so ein neues spiel auswählen hoffen es ist nicht zu laut es ist alles okay und ja wir legen direkt los ich habe jetzt auch ein Headset wieder Zeitung an die Handlung richtet das hat sich vielleicht ein bisschen komisch angehört aber Episode 1 ein neuer Tag schon laut Tja ich gehe dann mal davon aus dass... ach scheiß Dreckerle ich kann es nicht lesen Leute ich kann es nicht machen ich habe man es nicht ich habe es nicht mir ist ich habe ich ihr werdet mich jetzt kurz nicht schauen ja da bin ich wieder so 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 Vielen Dank. Das ist ein Hegel, cool. Ja, Digger, der fliegt hier vorbei. Das ist ein Hegel. Das ist ein Hegel. Das ist ein Hegel. Äh, oh, ich, aua, also Leute, ich weiß nicht, denkt ihr dem Typ, der Scheibe geknallt ist, dem geht es gut? Ach, bestimmt. Und Speicherpoint, cool. Vielleicht hat es am Anfang gerauscht, ich bin mir nicht so 100%. Digga, das sind Zombies. Okay, gut, okay, das Spiel geht darum, okay. Moment mal, okay, okay, ich habe gerade gedacht, ne? Schein. Ist ein Zombies? Ich bin zufrieden. Das ist ein Zombie. Ich bin zufrieden. Was? Ich bin zufrieden. Junge, da fällt man einmal ein Graben runter und direkt ist er ein Zombie oder was, Lahn. Ja, hier guck, da fällt ein Graben runter und ist direkt ein Zombie oder was. Das ergibt ja mal hundertprozentig Sinn. Hoffentlich hört er genug Leute. Hä, was ist da hinten? Da ist doch gar nichts. Da ist ein roter Stein oder so. Ah, Munition, aber für was? Ach, da ist ja diese Waffe, stimmt. Mal aufheben. Scheint, das ist Munition. Ah, wahrscheinlich muss er erst diese Handschellen loslegen. Ach cool, so kann man laufen. Okay. Gleich spreche ich ihn an. Oh, okay. Bitte steh mich auf, bitte. Oh, danke, Lahn. Ey, nee. Ich hab doch... Ey, ne, tschüss. Ey. Oh, hab ich Angst gekriegt. Oh, hab ich Angst gekriegt, ja. Was soll ich machen, Lahn? Nimm die Waffe, Lahn. Alter, bist du geknackt? Nimm die Waffe! Jetzt, na gut. Schi-schi-schi-schi-schi-schi-schi-schi-schi-schi-schi-schi-schi. Alter. Ich weiß nicht, hoffentlich ist er tot. Oh, okay, der ist tot. Hey, da hinten kommt jemand. Okay, er ist wieder weg. Alles klar. Alle, er war klar, Junge. Ey, er läuft übel, er stolpert über diese Leiche, die er gerade vor nicht mal einer Minute abgeknallt hat. Du wirst mich doch verarschen. Da ist ... Ich hab volle Wolke wieder, die sie versuchten. Egal, jetzt sind wir beim Spiel. Sorry, ich hab grad wieder wahrscheinlich so gerauscht. Oh! Okay, Leute, ich würd sagen, es tut mir leid, dass es erst ... dass es nur so kurz ist. Aber ich werd das nächste Mal versuchen, muten oder so draus zu machen. Aber das geht leider heute nicht. Mein Handy ist voll geballert mit Videos, die noch nicht geschnitten sind. Aber ... ja, warte kurz. Aber ... aber ... das erste ... kann ich jetzt nicht länger aufnehmen und so. Aber die Videos werden ... also das nächste Video wird wahrscheinlich länger. Aber okay, wenn euch das Video ... also ne ... ähm ... ich ... wollte fragen, äh ... falls ... ähm ... euch dieses ... dieses Let's Play überhaupt gefällt, dann schreibt es mal in die Kommentare, lasst das wissen und zeigt uns mit einer Bewertung. Lasst also eine positive Bewertung da. Like und Abo wendet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ... ciao! Ciao! Ciao!